Im Vorfeld des Champions-League-Finals zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund möchte ich euch mal eine kleine Vorschau liefern, wie in etwa das Spiel ablaufen könnte. Allerdings ist das bei einem Spiel mit Beteiligung von Real Madrid nie ganz so einfach, weil sie einfach so unvorhersehbar sind, wobei eigentlich immer klar ist, wie sie spielen, aber irgendwie ist es doch nicht ganz greifbar. Zunächst einmal gilt es für den BVB außerhalb des Ballbesitzes den richtigen Mix zu finden. Primär sollte man auf ein Mittelfeldpressing setzen, um einerseits nicht direkt überspielt zu werden, aber andererseits dennoch die nötige defensive Stabilität zu haben, ohne dabei extrem tief hinten reingedrückt zu werden. Situativ kann man Real schon auch mal hoch anlaufen, um sie auch mal ein bisschen unter Druck zu setzen, sollten da allerdings relativ vorsichtig sein, denn wenn man das zu oft macht, dann wird das zu einem klaren Risiko, denn Real hat die nötige spielerische Klasse, allen voran mit Toni Kroos, um sich aus einem Pressing zu befreien und dann wird es halt eben extrem gefährlich, weil man dann hinter der Abwehrkette, die zwangsläufig etwas höher stehen muss, viel Raum anbietet und gerade bei einem Mats Hummels ist das natürlich schon ein Problem, weil ihm das Tempo einerseits fehlt und weil andererseits die Realspieler mit einem Vini Junior oder Rodrigo auf jeden Fall auch das Tempo haben, um das zu bestrafen. Daher sollte der Fokus, wie schon in den Viertel- und Halbfinalspielen, auf einem 4-1-4-1 Mittelfeldpressing liegen, bei dem man Real möglichst keine Anspielstationen im Zentrum lässt. Dass man aber hin und wieder tiefer hinten reingedrückt wird und dann in einem tiefen Block verteidigen muss, wird sich wohl kaum verhindern lassen, dann gilt es aber, wie gerade schon gesagt, vor allem das Zentrum zu schließen, im Zentrum enger Mann zu sein mit Schlotterbeck, mit Hummels, wobei Real jetzt keine extrem physische Strafraumpräsenz hat, es sei denn, es spielt Rosselló, aber davon ist, glaube ich, nicht auszugehen. Jedoch muss man je nach Spielverlauf auf jeden Fall damit rechnen, dass er gegen Ende des Spiels reinkommt. Außerdem wird es wieder extrem wichtig, dass die Flügelspieler von Dortmund mit nach hinten arbeiten, das war jetzt in den Viertel- und Halbfinalspielen auch der Fall mit Sancho und Adeyemi. Vor allem Adeyemi hat es immer wieder gut gemacht, sich teilweise auch tiefer fallen lassen, sodass man eine Fünferkette gebildet hat und das wird auch gegen Real wieder wichtig, denn sie haben gegen Bayern eine wichtige Umstellung gemacht. Da hat Angelotti zur zweiten Halbzeit im Rückspiel Vini Junior deutlich weiter außen links auf dem Flügel platziert, sodass er den Ball immer wieder alleine halten konnte und sich dann in einem 1 gegen 1 gegen Kimmich vorgefunden hat und da immer wieder der Sieger war und so ins Zentrum ziehen konnte. Genau das muss der BVB verhindern, am besten indem sie Vini Junior auf der Seite immer doppeln, deshalb würde ich auch empfehlen Adeyemi vielleicht über rechts starten zu lassen, Sancho dann dementsprechend über links, um gegen den Ball die bestmögliche Stabilität zu haben. Ansonsten gilt es für den BVB extrem diszipliniert zu verteidigen. Real Madrid kann sowohl extrem strukturiert aus einem 4-2-4 heraus agieren, aber je nachdem auch völlig frei in den Positionierungen, dann hast du zwar die zwei Innenverteidiger hinten, Toni Kroos noch im Aufbau, aber ansonsten positionieren sich die Spieler relativ frei, bewegen sich auch ziemlich frei und das ist halt extrem schwierig zu verteidigen und aufzunehmen. Angelotti gibt ihnen also die Freiheiten, die sie brauchen, die sie dann eben auch nutzen in diesem relationistischen Ansatz, wie zum Beispiel gegen die Bayern, als Vini Junior kurz kommt, Min Jae Kim damit rauszieht und sich selbst den Weg in die Tiefe kreiert hat, den Toni Kroos dann auch gut bespielt. Da gilt es auch, wie gesagt, immer das Zentrum gut zuzumachen, enger Mann zu sein, dass einem Kroos solche Pässe gar nicht erst ermöglicht werden, weil der nutzt die kleinste Lücke, die sich bietet, aber auch in der letzten Reihe, wie Tuchel so schön gesagt hat, nicht zu gierig zu sein und zur Not lieber in der eigenen kompakten Struktur bleiben, statt sämtliche Rotationen und Bewegungen der Real Gegenspieler aufzunehmen und somit Räume zu schaffen, die sie dann eiskalt bespielen und auch bestrafen. Aber auch mit Ball muss der BVB natürlich einen Plan haben, du kannst hier nicht nur verteidigen und dann irgendwie hoffen, dass du ins Elfmeterschießen kommst oder dass irgendwie glücklich mal einer vorne reingeht, zumal du auch nicht weißt, wie Real Madrid das Spiel gegen den Ball angeht, dazu kommen wir gleich noch, aber irgendwie sollte man schon versuchen, das Spiel sogar in der regulären Spielzeit auf seine Seite zu ziehen. Hört sich jetzt vielleicht erstmal blöd an, weil Dortmund hier schon der klare Außenseiter ist und sich zufrieden geben sollte, falls man in die Verlängerung kommen sollte. Aber die Kaderqualität, die beim BVB ohnehin schon schlechter wie bei Real Madrid ist, nimmt halt nach der Starthilfe auch enorm ab, während Real Madrid mit nahezu gleichwertigen Spielern nachlegen kann. Ich habe es gerade angesprochen, du weißt eben nicht, wie Real das Spiel gegen den Ball angehen wird, deshalb musst du dich auf jeden Fall auf alle Fälle vorbereiten, also sowohl, dass Real etwas tiefer steht und auf Konter lauert, oder eben ein wirklich hohes Pressing anwendet. Eigentlich ist Real Madrid ja nicht dafür bekannt. Was den PPDA-Wert in La Liga angeht, liegt man auch eher im Mittelfeld, also der zeigt an, wie hoch und vor allem wie erfolgreich man presst. Da muss man auch sagen, der ging jetzt durch die letzten Spieltage noch sogar etwas runter, also wurde besser, denn wie gesagt war das nicht unbedingt die Stärke von Real Madrid, beziehungsweise sie haben selten ein hohes Pressing angewandt, auch im Halbfinal-Hinspiel bei Bayern München nicht. Allerdings haben sie es dann im Rückspiel gegen Bayern immer wieder getan und auch stark gemacht und Bayern so keine Luft zum Atmen gelassen. Da haben sie Bayern aus ihrem 4-4-2 heraus Mann gegen Mann zugestellt. Und gerade der BVB hat er immer wieder Probleme gehabt diese Saison, beziehungsweise generell unter Terzic, wenn sie hoch und mit Mannbezug zugestellt werden. Gegen PSG im Halbfinale hat man es noch ganz gut geschafft, mit einem guten Mix aus langen Bällen und riskantem flachen Aufbauspiel, allen voran über Schlotterbeck. Wie es dann gegen Real Madrid wird, muss man schauen, aber lange Bälle werden auf jeden Fall deutlich schwieriger, denn während ein Füllkug seinen Gegenspielern gegen PSG körperlich noch relativ klar überlegen war, wird das gegen Real Madrid gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Rüdiger deutlich schwerer. Daher wird man auch zwangsläufig dazu gezwungen sein, sich mal flach hinten raus zu kombinieren, auch wenn es unter dem Druck schwierig wird, aber ansonsten schlägst du den Ball halt einfach lang und verlierst den Ball direkt wieder und Real hat dann wieder kontrollierten Ballbesitz. Allerdings hat Real, wie ich finde, da schon auch noch ein paar Schwächen, auch wenn es gegen Bayern gut geklappt hat. Man hat das hohe Pressing jetzt auch in der Liga häufiger angewandt. Ich vermute, um es halt dann auch im Finale gegen Dortmund anzuwenden, so auch hier im Spiel gegen Alaves. Und da sieht man schon, dass man das Pressing durchaus bespielen kann und es teilweise auch lückenhaft ist. Madrid hat es mit Mannbezug und einer Plus-Eins-Absicherung hinten zugestellt, üben Druck aus auf die erste und zweite Aufbaulinie von Alaves. Die sind dann hier im Zusammenspiel zwischen Sechser und Achter. Wir sehen auch schon, hinter der zweiten Pressing-Linie von Real Madrid bieten sich zwei Spieler von Alaves an, die da ziemlich viel Platz haben. Der Sechser von Alaves spielt dann den Ball quer auf den Achter, der überspielt dann das Pressing und der Rechtsverteidiger von Alaves, der ein bisschen eingerückt ist, hat da viel Platz vor sich, kann den Ball treiben und wir sehen hier mehr oder weniger eine 4-gegen-4-Situation, während alle Pressing-Spieler von Real Madrid wirklich noch vorne sind. Und da defensiv in diesem Umschaltmoment aus dem eigenen kontrollierten Ballbesitz nur noch die Viererkette von Real da ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass Dortmund wieder im 4-3-3 agieren wird, wie schon seit der Umstellung im Hinspiel gegen Atletico Madrid und seitdem auch in allen weiteren Champions-League-Partien. Dabei gilt es dann, gegen das Pressing von Real die richtigen Positionierungen zu finden, sodass die Defensivspieler, die ja durchaus die Passqualität haben, vor allem mit Schlotterbeck, mit Hummels und auch mit Marzen, die vorderen Spieler anspielen können. Vor allem Brandt und Sabitzer müssen da wieder gute Laufwege zeigen, auch ohne Ball. Und es gilt vor allem auch, das Spiel mal über den Dritten zu eröffnen. Das wird zwar schwierig, aber Real bietet dir auch durchaus Räume, die du bespielen kannst, einfach weil sie das hohe Pressing noch nicht so wirklich gewohnt sind. Sie praktizieren das in der Häufigkeit eigentlich nur seit dem Bayern-Rückspiel und daher kannst du das schon auch flach bespielen. Es gibt da auch einen Systemvorteil. Wenn Real weiterhin aus dem 4-4-2 heraus presst, dann hast du mit einem 4-3-3 da durchaus Optionen, das auch zu überspielen. Weil zum Beispiel gegen Bayern, die auch aus einem 4-4-2 heraus aufgebaut haben, war es dann deutlich einfacher, das zuzustellen. Je nachdem, wie viele Spieler Real dann ins Pressing lässt, spielen sie entweder mit einer Plus-1-Absicherung hinten, also dass beide Innenverteidiger an Füllkrug sind und du da einfach 2 gegen 1 hast, dann sind wiederum lange Bälle des BVB nicht wirklich möglich beziehungsweise wären kaum ertragreich. Dann hast du aber wiederum irgendwo auf dem Feld eine Überzahl, die du dann ausspielen kannst oder sie gehen es wirklich komplett über das Feld Mann gegen Mann an. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dann könntest du wiederum vermehrt auf lange Bälle setzen, da Füllkrug sich in 1 gegen 1-Duellen schon das ein oder andere Mal durchsetzen könnte, auch wenn es gegen Rüdiger geht. Ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass Aurelia Chouameni verletzt ausfällt. Dementsprechend hat Real im Mittelfeld keinen so wirklich defensiv denkenden Sechser. Da werden dann aller Voraussicht nach Toni Kroos und Kamavinga spielen, die beide schon auch defensiv denken, aber jetzt kein klarer Sechser wie ein Chouameni sind. Daher kannst du dir das einerseits beim Pressing zunutze machen, da beide vielleicht eher nach vorne verteidigen und nicht wirklich die Tiefe absichern im Zentrum. Und genau dann kannst du halt solche Umschaltsituationen kreieren aus dem eigenen Ballbesitz, wie eben in dem Beispiel gezeigt. Andererseits fehlt Real Madrid dadurch beim tiefen Verteidigen so ein bisschen die Füses. Klar Kamavinga und Kroos ist trotzdem nicht schwach gegen den Ball, aber wenn da ein Chouameni wäre, wäre es deutlich schwerer, sich da durchzusetzen in 1 gegen 1-Duellen zum Beispiel. Und damit kommen wir jetzt auch zum Spiel im eigenen Ballbesitz, wenn Real sich mal etwas zurückzieht in ein Mittelfeldpressing oder noch tiefer. Und da gilt es natürlich vor allem eine gute Restverteidigung zu haben, weil Real Madrid eben über Konter extrem stark ist und da immer wieder gut umschalten kann. Das war aber in den letzten Champions-League-Spielen auf jeden Fall gegeben, denn man baut ja meistens mit einer Viererkette auf, dann mit Can davor. Dementsprechend hast du die Außenverteidiger mit hinten, kannst somit auch die Läufe von Real Madrid aufnehmen, hast dementsprechend auch das Tempo hinten, da du die Außenverteidiger nur situativ und äußerst selten hochschiebst. Und ansonsten, wenn die stabile Restverteidigung gegeben ist, sollten die anderen Spieler, also die drei Offensivspieler und die zwei offensiven Achtern, die Freiheiten bekommen, die sie brauchen, um dann eben für die Kombinationen zu sorgen, um Real auch mal aufzubrechen. Denn die BVB-Spieler haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie das Verständnis füreinander haben, um immer mal wieder kollektiv gut herausgespielte Tore zu erzielen. So hat man es auch in der Champions League zum Beispiel in der Gruppenphase beim AC Milan geschafft. Und generell ist das wirklich unterbewertet beim BVB. Wenn die richtigen Spieler in die richtigen Räume kommen, dann können sie auch wirklich gut kombinieren. Vor allem Sabitzer, Brandt, Sancho. Füllkrug ist da tatsächlich auch stärker, wie man denkt. Und wenn man dann in die Abschlusspositionen kommt, muss man die Chancen natürlich eiskalt nutzen. Das ist jetzt relativ offensichtlich, soll damit aber auch der Schlusspunkt sein, dieser kleinen Analyse und Vorschau auf das Champions League Finale mit deutscher Beteiligung, auf das ich auf jeden Fall richtig Bock habe. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr vom Spiel erwartet und auch gerne, was euer Tipp ist. Ansonsten würde ich mich über ein Like oder Abo freuen, falls ihr es noch nicht getan habt und euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.